Nun zum Schluss. Im Jahre 1922 packte ich das gewaltige Manuskript meines Bibelwerkes zusammen und verschloss es in meinem Schreibtische. Ich hegte keine Hoffnung und gab mir auch nicht die geringste Mühe, einen Verleger zu finden, weil ich jeden Versuch nach dieser Richtung hin für aussichtslos hielt. Und trotzdem regte sich in mir kein Gefühl der Bitterkeit und keine Spur von Schmerz über die unsägliche Mühe, die ich so lange Jahre hindurch auf meine Arbeit verwandt hatte. Nein, ich fühlte bestimmt, dass ich meine Tätigkeit unter einem Zwange von oben her wie einst Jeremia ausgeübt hatte und freute mich vom ganzen Herzen über den köstlichen Gewinn, den meine unermüdliche Beschäftigung mit der Heiligen Schrift meinem inneren Menschen eingebracht hatte. Es war ja eine gewaltige Veränderung zum Guten in mir vorgegangen, im Vergleich mit der Zeit, da ich zu dem großen Haufen der im Dunkeln tappenden Weltkinder gehört hatte und mit geistiger Blindheit geschlagen in der Irre gewandelt war. Mir waren nunmehr ja die Augen geöffnet, sodass ich den Heilsplan, den Gott von Anfang an durch die Erwählung und Führung des israelitischen Volkes zur Rettung der gesamten Menschheit verfolgte, mit voller Klarheit durchschaute. Und in meinem Herzen war das Licht aus der Höhe ausgegangen, sodass ich in Jesus Christus den Weg, die Wahrheit und das Leben erkannte und mir bewusst war, dass kein Name den Menschen gegeben ist, in dem sie selig werden sollen, als allein der Name Jesus. War mir durch diesen beglückenden Herzenzustand nicht der herrlichste Lohn zuteil geworden? Wie ist es denn aber dem Manuskript ergangen, das in meinem Schreibtisch fest verschlossen wie in einem Grabe lag? An dem ist geradezu ein Wunder geschehen, denn nicht durch meine Bemühungen ist es zur Veröffentlichung gelangt, sondern durch eine Verkettung von Umständen, in denen für mich und für jeden unbefangenen Urteilenden der Finger Gottes unverkennbar war. Ich muss es mir versagen, hier die betreffenden Vorgänge im Einzelnen zu beschreiben. Es genügt die Angabe, dass das Manuskript meiner Bibelübersetzung von der Württembergischen Bibelanstalt übernommen wurde und, nachdem es dort auch noch lange während der schweren Zeit der Inflation gelagert hatte, doch endlich zum Druck gekommen ist. Und nun ist meine Arbeit, nach ihrer Drucklegung infolge des göttlichen Segens, ein ganz ungewöhnlicher Erfolg beschieden worden, der meine kühnsten Hoffnungen weit übertroffen hat und für den ich meinen himmlischen Herrn, der mir die langen Jahre hindurch Kraft und Licht aus der Höhe verliehen hat, von ganzem Herzen dankbar bin und immer da dankbar bleiben werde. Aus dem Vorwort zur Menge Bibel Dass die Bibelübersetzung Luthers aus dem Geiste des deutschen Volkes wie aus dem Bibelgeiste selbst herausgeboren, durch die wunderbare Kraft der Sprache und die Volkstümlichkeit des Ausdrucks bis heute als unübertreffliches Meisterwerk und Volksbuch dasteht und mehr als irgendein anderes Schriftwerk die Quellenreisten Segen für unser Volk geworden ist, steht jedem kundigen und unbefangenen Beurteiler fest. Aber ebenso unbestreitbar ist, dass die Übersetzung der Lutherbibel mancherlei Mängel und Unklarheiten enthält, die verbesserungsbedürftig sind, vor allem aber, dass nach Ablauf von vollen vier Jahrhunderten ihre Sprache veraltet ist, sodass manche Teile ohne Hilfsmittel überhaupt nicht mehr verstanden werden können. Es ist daher begreiflich, dass in den letzten Jahrzehnten nicht nur wiederholt versucht worden ist, die Lutherbibel durch Verbesserung den berechtigten Anforderungen unserer Zeit entsprechend zu gestalten, sondern dass auch nicht wenige deutsche Übersetzungen vornehmlich des Neuen Testaments veröffentlicht worden sind, die dem vorhandenen Bedürfnis abzuhelfen suchen und zum Teil wegen ihres wirklichen Wertes eine weite Verbreitung gefunden haben. Die vorliegende Übersetzung erhebt nicht den Anspruch, an Luthers Meisterwerk heranzureichen und geht noch weniger darauf hinaus, unserem großen Reformator seine Ehre zu schmälern oder sein Werk zu verdrängen. Aber meine Arbeit kann doch vielleicht, um der Grundsätze willen, von denen ich mich bei ihr habe leiten lassen, manchem Leser für sein Bibelstudium gute Dienste leisten. Ich habe mir zunächst immer da die Mahnung Luthers zu Herzen genommen, das Wort, sie sollen lassen, starren, und mich daher überall bemüht, mit philologischer Genauigkeit, an die ich während meiner langjährigen Amtstätigkeit sowie infolge meiner schriftstellerischen Arbeiten gewöhnt war, die Übersetzung im engsten Anschluss an den biblischen Urtext so treu wie möglich zu gestalten, das heißt, nicht sowohl in ängstlicher Weise am Buchstaben zu kleben, als vielmehr sinngetreu zu übersetzen, ohne zu dem Überlieferten etwas hinzuzufügen, noch etwas davon wegzulassen. So dann ist es mein ernstes Bestreben gewesen, meine Übertragung nicht nur in ein verständliches und klares, auch von Fremdwörtern möglichst gereinigtes Deutsch zu kleiden, sondern auch auf die Wiedergabe der Stimmung und Färbung jedes Buches oder Abschnittes an jeder Stelle bedacht zu sein und eben sowohl die unvergleichliche Einfalt und Natürlichkeit der geschichtlichen Stücke zum Ausdruck zu bringen, als auch den mannigfaltigen Stilformen der Psalmen und der Reden in den prophetischen und lehrhaften Büchern gerecht zu werden. Außerdem habe ich es mir anlegen sein lassen, das Erfassen des Sinnes durch reichlich angebrachte Überschriften zu erleichtern und die Übersichtlichkeit durch sorgfältige Gliederung der Teile zu fördern, was vornehmlich bei Reden und in Briefen sowie in den poetischen, prophetischen und lehrhaften Schriften unzweifelhaft von hohem Werte ist. Sollten sachkundige Beurteiler und berufene Bibelkenner oder, was noch höher anzuschlagen ist, geisterfüllte Gotteskinder in meiner Arbeit fehlerhafte und verbesserungsbedürftige Übersetzungen zu finden meinen, so bitte ich Sie herzlich, mir Ihre Ansichten beziehungsweise Vorschläge rückhaltlos mitzuteilen. Von meiner Dankbarkeit und vorurteilsfreien Prüfung Ihrer Darlegungen dürfen Sie überzeugt sein. Gott aber wolle in seiner Gnade denen, die mein Buch zur Hand nehmen, um seinen Inhalt auf sich wirken zu lassen, ein empfängliches Herz verleihen und in ihren Seelen den Ernst der Mahnung aufleuchten lassen? Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Von Dr. Hermann Menge Wenn du den Weg gehen möchtest, der für dich gemacht ist, dann lauf los. Wenn du laufen kannst, dann würde ich die Wahrheit von der Lüge freimachen. Nur so erhältst du ein Leben mit Sinn. Doch bitte beachte, vor dir liegt ein Labyrinth für deinen Geist. Bleibe auf dem geraden Weg, dann kannst du dich nicht verlaufen. Nur der gerade Weg führt dich zur Wahrheit und zum Leben. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und zum Leben. der ist die Wahrheit Das ist das Bühne. Vielen Dank.